ein herzliches willkommen zu nächstes projekt dolores im simulweek park mini adventure gibt es kostenlos auf steam und epic wenn ihr euch das mal anschauen wollt ich habe jetzt mal gerade kurz rein getestet ob es mit dem aufnehmen funktioniert ein paar programme durchprobiert leider keine sprachausgabe aber war auch eher nur so als konzept gedacht ist auch glaube ich nicht sondern nicht lang wir schauen mal rein und gucken mal wie weit wir kommen und was wir alles erledigen können so so So, ja genau, wir sind so ein bisschen aufgeregt, wollen mal loslegen hier. Ich sehe auch, es gibt schon wieder Schlappkaner zum Einsammeln. So, alles klar, Rhythm Assignments und Speck of Dust. Nehmen wir mit. Ist da noch einer? Das ist mein Inventar. In Ordnung. Ja, danke, dass du dem Thimbleweed Nickel Journalismus oder Fotojournalismus Team beigetreten bist. Wir brauchen jetzt eine Story über den 4. Juli. Eine Kolumne über Thimbleweed County. Eine Geschichte über die Sicherheit der Straßen, alles klar. Ja, ähm, Public Service, okay, über Müllentsorgung. Und, ähm, noch ein Foto vom Editor der Nickel News. Ist das nicht sie? In Ordnung. Äh, das, 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 das. Mal grad nachschauen. Können wir das auf Deutsch eigentlich stellen? Können wir das sagen. Cool. Alles klar. So, bist du jetzt zufälligerweise auch auf Deutsch? Okay, sehr schön. Lass uns mal schauen. Lass uns mal schauen. Überpresse. Zack, eingewiesen nach physischem Zusammenbruch im Glauben, Thailand des Computers zu sein, ja. Spielt halt ein paar, ähm, ein paar Jahre jetzt nach dem ersten Teil. Das sind alte Fotos von Nickel News, okay? Viel Geschichte, schön. So, dann schauen wir mal rein. Sehr schön, wir haben die Kamera. Zehn Bilder übrig. Okay. So, ähm, kann ich mir einen Film bekommen? Ist mir noch genug, okay. Gieß es mit der bisherigen Arbeit aus. Also, wir haben genau, äh, kein Foto gemacht. Wie lange wird denn der Auftrag dauern? 30 weitere originelle Fotos, okay. Hm, noch ein paar Büro-Utensilien, bitte. Äh, Heftklammern? Wie sieht's aus? Doch, brauche ich. Lass mir meine Heftklammern. Umlauf-Mapp. Hm, okay. Wahrscheinlich dann, dass ich erst fünf war. Ich triff mich alles versorgen. Ähm, wenn's dann soweit ist und wir die Sachen wirklich brauchen oder eine Ahnung haben, wofür wir das brauchen. Das ist auch eine gute Idee. Egal, tschüss. Naja. Gut, ähm. Können wir die gerade jetzt schon benutzen? So, hier war ja auch noch irgendwo ein Staubkorn, oder? Dachte ich zumindest. Ja, die Laserdisks. Hm. Na ihr? Seid jetzt, äh, ein wenig, ja. Wahrscheinlich sind sie nicht erfreut, uns zu sehen. Ja, genau. Was denn? Wahrscheinlich hat's die jetzt vor die Tür gesetzt, oder so. Aber ihr könnt ja nochmal nachfragen. Was denn alles ist meine Schuld? Okay, du bist aus dem Ende den Menschen rausgeworfen. Oh, der ist doch gut, der Stuhl. Also, ich weiß gar nicht, was du hast. Also, ich weiß gar nicht, was du hast. Genau. Genau. Das ist D&D. Dungeon & Dragons. Wir sind keine Nerds, wir sind keine Nerds. Okay. Wie sieht's mit dem Job aus? Ich glaub, die ist nicht so viel Arbeit, ne? Straßen. Straßen, dir. Ja. Jetzt ist vor allem gesagt. Ähm, ähm, ja. Wie sieht's mit dem Sohn aus? So, wie sieht's mit der Ransom Show aus? Hat der was Neues? Okidoki. So, dann ein bisschen später, denke ich mal. Shaki. Ja. Okay, Peter, das war auch nicht. Schade, schade. Hm, hier haben wir hier noch ein Schild. Das stimmt, wir könnten mal gucken, was der Müllcontainer geworden ist. Lecker, lecker. Brennende Mülltonne. So, okkulte Ausverkäufe, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Schauen wir mal rein. So, Mumie, Leiter, und so weiter. Na du. So, ähm, ja. Wie geht's denen denn so? So, was haben wir denn? Ähm, das Schild draußen sagt, sie haben Ausverkauf. So, wie sieht's mit der, äh, Show aus? Hm, so, welche Augen? Ja, ich sehe. Das ist ja schon gut, meine Dame. Wirklich, wirklich. Oh, wie lange das noch weitergeht hier. So, bis dann. So, also, warte mal, dann haben wir gerade mal gefunden. Du, 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 du. Ich kann jetzt mal wieder bei Mülleinsorgung den Dings fotografieren. Müllcontainer. Sieben Bilder übrig, okay. Dann halt nicht. So. Ah, da war ein Stopp-Con. Stopp-Con. Ah, okay. Drückt halt und rausziehen. So, gut getroffen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Cool. Dann schauen wir doch mal hier rein. So, der hat George. Ach, du Armer. So, möglicherweise würde ich von einem aneinander spielen. Ja, ja. Wahrscheinlich. Nicht allzu viel mitreißen. Was haben wir noch 4. Wir müssen noch mal gucken. Grunden wir in den Ziemelviertel-Landkreis. Straßensicherheit. Wahrscheinlich die, die... Gut, Schiffrecht oder das Nickel-News wäre ja sie. Das können wir euch direkt schon mal machen. Lippe-Kon-Werbung. Hey. Sehr schön. So, dann lassen wir dich doch mal auch da mal rein. Hallo, stopp, komm. Super. Gut, ähm, was sagst du denn bisher? Schönes Bild. Ja, ja, das auf jeden Fall. Gut, gut. So, noch mehr Film. Scheinbar nicht. Okay, wahrscheinlich erst, wenn wir es, äh, leer haben, soweit. Gut, weiter geht's. Flup. Wir sollten uns mit nichts noch mal umschauen. Bereits. Georgi. Wir gehen mal im Juli. Ah, 4. Juli. Okay, warte mal. Sehr gut. Da brauchen wir jetzt noch Straßensicherheit und den Zimbelwied Landkreis. So, und da gehen wir noch direkt mal ran. Schade. Dazu Postgeheimnissen. Gut, dann lassen wir uns mal hier nachschauen. Feuerhydrant. So, Plupias. Oh. Gut, Straßensicherheit können wir das vielleicht mit den schweigen Straßensicherheit. So, sieben Bilder. Okay. Da hat zwar nichts zu gesagt. Da ist auch nichts, äh, gefrühstückt worden. Das sieht auch nicht mehr so fit aus. Was haben wir hier denn irgendwas? Gemälde, Siegel. Hm. Hallo, du bist ja da. Äh, wann haben Sie denn angefangen, über den Leiden einzurängen? Hm. Genau. Genau, Sie haben es gerade auch schon wieder getan. Ja. Es geht direkt los hier. So, ja. Meldet wohl nicht allzu viel hier. Ja. So, stimmt. Äh, ja genau. Bundesagent wäre vielleicht auch eine Idee. Gut, dann gehen wir mal. Ich glaube, dann können wir auch hier mal die erste Folge beenden. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Und auf Ihren Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao.